Keiner ist wie Jesus Was die Menschen so sehr an Jesus fasziniert und wie mit einem gewaltigen Magneten zu ihm zieht, das ist seine selbstlose Liebe. Jedem Menschen begegnete Jesus und begegnet ihm mit Respekt und Achtung. Selbst den von der Gesellschaft verachteten und verstoßenen Menschen. Er liebte diese Menschen aufrichtig. Seine Liebe äußerte sich in tiefem Mitgefühl und Barmherzigkeit. Er verurteilte und verachtete niemanden. Ob es eine samaritische Frau war, die mit fünf Männern zusammengelebt hatte und sich schämte, sich öffentlich am Brunnen zu zeigen, er nahm sich Zeit für sie. Ob es Maria von Magdala war, die von sieben Dämonen besessen war, er trieb die Geister aus. Er gab ihr ihr Leben zurück. Seine Achtung und Wertschätzung ihrer Person ging so weit, dass er ausgerechnet Maria von Magdala als Erster erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Oder ob es eine Frau war, die gerade im Ehebruch von den Pharisäern ergriffen war und zu ihm geschleppt wurde, um sie zu steinigen. Er sagte denen, die sie angeschleppt hatten, wer von euch keine Sünde hat, der werfe den ersten Stein. Beschämt gingen sie alle, einer nach dem anderen weg. Und zu ihr, die zerknirscht, bloßgestellt und beschämt vor ihm stand, sagte er, hat dich niemand gesteinigt? Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Er gab ihnen allen ihre Würde zurück. Seine Liebe richtete sie auf. Sie schöpften Hoffnung und blühten auf. Und das Faszinierende an seiner Liebe war, dass sie voller Barmherzigkeit und Mitgefühl war. Seine Liebe war unglaublich stark. So stark, dass sie die schlimmsten und schwersten Sünden vergeben konnte. Das war das Einmalige und das Unvergleichliche an seiner Liebe. Sie gewährte jedem schuldigen Menschen Vergebung. Mein Sohn, meine Tochter, sagte er den reumütigen Sündern immer wieder, deine Sünden sind dir vergeben. Geh hin in Frieden. Und er machte ihnen keine langen Moralvorträge, keine Vorwürfe. Selbst als ihn sein erster und engster Vertrauter Simon Petrus, in der schwersten Stunde seines Lebens, während Jesus verhört und verurteilt wurde, kaltblütig verließ, sich von ihm lossagte und schwor, ich kenne ihn nicht. Und das dreimal. Und dann trafen sich ihre Augen. Petrus sah in die Augen der Liebe und er lief weg. Er weinte bitterlich. Aber der Verrat war geschehen. Niemals hätte Petrus erwartet, dass Jesus ihn noch gebrauchen könnte. Noch nach der Auferstehung dachte Petrus, ich muss jetzt zurück in meinen alten Fischerberuf. Aber Jesus suchte ihn auf am See. Er bereitete ihm ein Frühstück am Ufer. Er ging mit Petrus nach dem Frühstück spazieren und stellte ihm nur eine einzige Frage. Petrus, liebst du mich? Als Petrus die Frage zaghaft bejahte, sagte Jesus Petrus, weide meine Schafe. Mit anderen Worten, zwischen uns ist wieder alles so, wie es vor deiner Verleugnung war. Ich habe einen Auftrag für dich. Baue meine Gemeinde. Du hast mein uneingeschränktes Vertrauen wieder. Kein Vorwurf, keine Klärung der Einzelheiten, nur Liebe. Keiner liebt wie Jesus. Und seine Vergebung war kraftvoll. Sie trat immer in Kraft, sobald er sie jemandem zusprach. Denn keiner kann Sünden vergeben, nur er. Jesus ist der Einzige, der uns die Lösung für unser Schuldproblem anbietet. Sünde ist der Krebs, der die Seele des Menschen zerstört. Sünde zerstört Beziehungen, zerstört Ehen und Familien, zerstört die Gesellschaft. Sünde ist schrecklich. Sünde ist die Ursache für das Leid und Elend in dieser Welt und für den Tod. Wir sterben, weil wir Sünder sind. Man muss nur einmal die Zeitung lesen, die Nachrichten verfolgen, die Flüchtlinge anhören, den Friedhof besuchen und in der Stille das eigene Gewissen reden lassen. Dann gewinnt man einen Eindruck davon, wie schrecklich Sünde ist. Es kamen viele vor Jesus und nach Jesus. Sie boten uns Ideologien und Religionen an. Manche versprachen Wohlstand und das Paradies auf Erden. Die eine das Rote, die anderen das Braune oder das Grüne. Doch keiner außer Jesus hatte eine Lösung für das Sündenproblem. Nur Jesus kann sagen, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Gehe hin in Frieden. Er hat diese Worte nicht nur gesprochen. Er hat auf eine dramatische Weise bewiesen, dass er allein die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Er hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Er hat diese Worte nicht nur gehört.